Es war einmal eine Königstochter, die hatte in ihrem Schloss hoch unter der Zinne einen Saal mit zwölf Fenstern. Die ginge nach allen Himmelsgegenden und wenn sie hinaufstieg und umherschaute, so konnte sie ihr ganzes Reich überblicken. Aus dem ersten Fenster, da sah sie schon schärfer als andere Menschen, im zweiten noch besser, im dritten noch deutlicher und immer weiter bis zum zwölften. Da konnte sie alles sehen, was über und unter der Erde war. Und nichts blieb ihr verborgen. Weil sie aber stolz war, sich niemanden unterwerfen wollte und die Herrschaft ganz für sich allein behalten wollte, so ließ sie Folgendes bekannt machen. Nur der solle ihr Gemahl werden, der sich so vor ihr verstecken könne, dass es ihr unmöglich wäre, ihn zu finden. Wer es aber versuchte, und sie entdeckte ihn doch, dem würde das Haupt abgeschlagen und auf einen Pfahl gesteckt. Es standen schon 97 Pfähle mit toten Häuptern vor dem Schloss und lange Zeit meldete sich niemand mehr. Da war die Königstochter vergnügt. So werde ich also mein Lebtag frei bleiben. Da erschienen drei Brüder vor ihr. Sie wollten ihr Glück versuchen. Der Älteste glaubte sicher zu sein, wenn er in ein Kalkloch kröche. Aber sie erblickte ihn schon aus dem ersten Fenster. Sie ließ ihn herausholen und ihm das Haupt abschlagen. Der zweite kroch in den Keller des Schlosses. Auch diesen erblickte sie aus dem ersten Fenster und es war um ihn geschehen. Sein Haupt kam auf den 99. Pfahl. Da trat der Jüngste zu ihr. Er bat um einen Tag Bedenkzeit. Und sie möchte doch auch so gnädig sein, ihm das Leben zweimal zu schenken. Misslinge es ihm zum dritten Mal, dann wolle er sich nichts mehr aus seinem Leben machen. Er war schön und bat so herzlich, und so willigte sie ein. Nun gut, so soll es sein, aber es wird dir nicht glücken. Am folgenden Tag sah er lange darüber nach, wie er sich verstecken wollte. Aber es war vergeblich. Schließlich nahm er seine Büchse und ging hinaus auf die Jagd. Da sah er einen Raben, nahm ihn aufs Korn und wollte eben abdrücken. Da sprach ihn der Rabe an. Schieß nicht, ich will's dir vergelten. Er setzte ab, ging weiter und kam zu einem See. Ein großer Fisch streckte gerade seinen Kopf aus der Oberfläche des Wassers. Er legte an und wollte schießen. Schieß nicht, ich will's dir vergelten. Da ließ er den Fisch untertauchen und ging weiter. Da begegnete ihm ein Fuchs, der hinkte. Er schoss, verfehlte, aber der Fuchs zitierte ihn zu. Du, ich komm lieber her und zieh mir den Dorn aus dem Fuß. Er tat es zwar, aber wollte dann den Fuchs doch töten und ihm den Balk abziehen. Lass ab, ich will's dir vergelten. Da ließ der Jüngling auch ihn laufen. Und als es Abend war, kehrte er heim. Am anderen Tag nun sollte er sich verstecken. Aber wie sehr er sich auch den Kopf darüber zerbrach, er wusste einfach nicht, wohin. Schließlich ging er in den Wald zum Raben. Ich hab dich leben lassen. Jetzt sag mir, wo ich mich verstecken kann, damit die Königstochter mich nicht findet. Der Rabe senkte den Kopf und dachte lange nach. Ich hab's heraus. Dann holte er ein Ei aus seinem Nest, zerlegte es in zwei Teile, der Jüngling musste hineinsteigen, er verschloss das Ei wieder und setzte sich selbst darauf. Die Königstochter trat nun ans erste Fenster und konnte den Jüngling nicht entdecken. Auch nicht in den folgenden. Da fing es an, ihr Angst und bang zu werden. Nicht dem vierten, nicht dem fünften, nicht dem achten, nicht dem zehnten. Endlich. Im elften erblickte sie ihn. Sie ließ den Raben schießen, das Ei holen und zerbrechen und der Jüngling musste herauskommen. Einmal ist dir das Leben geschenkt, aber wenn du es nicht besser machst, so bist du verloren. Am zweiten Tag ging er nun an den See. Er rief den Fisch. Ich hab dich leben lassen. Sag mir, wohin soll ich mich verbergen, damit mich die Königstochter nicht findet? Der Fisch dachte lange nach. Ich hab's heraus. Ich will dich in meinem Bauch verschließen. Er schluckte den Jüngling hinunter und dann fuhr er mit ihm bis auf den Grund des Sees. Die Königstochter trat an ihre Fenster. Sie sah ihn auch nicht im elften. Da war sie so bestürzt und als sie ins zwölfte ging, da sah sie ihn. Sie ließ den Fisch einfangen, tötete ihn, der Jüngling musste herauskommen. Zweimal ist dir's geschenkt, aber dein Haupt wird wohl doch auf dem hundertsten Pfahl landen. Am dritten Tag, da ging er schweren Herzens hinaus zum Feld und begegnete dem Fuchs. Du weißt alle Schlupfwinkel. Ich hab dich leben lassen. Rat mir, wohin kann ich mich verstecken, damit mich die Königstochter nicht findet? Ein schweres Stück. Und er machte ein sehr bedenkliches Gesicht. Ich hab's heraus. Und jetzt ging er mit ihm zu einer Quelle. Dann tauchten beide hinein und der Jüngling kam als Meerhäschen heraus, der Fuchs aber als Marktkrämer. Da zog nun der Marktkrämer in die Stadt und zeigte überall das posierliche Tierchen herum. Viel Volk kam herbei, um es anzusehen und schließlich da kam auch die Königstochter. Und weil ihr das Meerhäschen gar so gut gefiel, da kaufte sie es dem Kaufmann für viel Geld ab. Bevor er ihr das Meerhäschen hinreichte, flüsterte er ihm noch ins Ohr. Wenn die Königstochter ans Fenster geht, kriech schnell unter ihren Zopf. Da kam nun also die Zeit, wo die Königstochter an ihre Fenster trat. Vom ersten bis zum elften Fenster sah sie ihn nicht. Und dann trat sie vor das Zwölfte. Aber als sie ihn auch da nicht sah, da war sie so voller Angst und Zorn. Sie nahm das Fenster und schlug es so gewaltig zu, dass das Glas in allen Fenstern in tausend Stücke zersprang und das Schloss erbebte. Da fühlte sie etwas unter ihrem Zopf. Sie packte es und warf es zu Boden. Fort mit dir, mir aus den Augen! Da lief das Meerhäschen geschwind zurück zum Marktkrämer. Beide eilten zu der Quelle, tauchten unter und bekamen ihre frühere Gestalt zurück. Da dankte der Jüngling dem Fuchs. Der Rabe und der Fisch sind blitzdumm gegen dich. Du weißt dir rechten Pfiffe. Das muss wahr sein. Er ging geradewegs ins Schloss, wo die Königstochter ihn bereits erwartete. Sie fügte sich in ihr Schicksal. Hochzeit wurde gefeiert und er wurde König und Herr des ganzen Reiches. Niemals erzählte er ihr, wohin er sich beim dritten Mal versteckt hatte und wer ihm geholfen hatte. Und sie hatte Achtung vor ihm und dachte bei sich, der kann doch mehr als du.